der wutz bei let's play resident evil 8 village wir sind hier in heisis und ich nenne es dann heisi ist unser freund oder auch nicht er will gern unser freund sein spüre ich noch nicht so gebe ehrlich zu ich fühle es noch nicht ja aber heisi würde gerne unser freund sein er sagt immer der problem mit mutti miranda was ist du jetzt sicher du gehen wir natürlich einer ist ja nur ein kleines windchen natürlich du hast ja keine ahnung wie sie also mal der quatsch war da unten jetzt richtig um kohle metallreste rostige reste ein zieglein mich nicht wissen wir fühlen sich vor der versammt ob das war es noch nicht das war es doch so langsam das schott nicht so prikken das oh oh nö sicherlich das ist eine lette hier ist ja nix gut dann Na sicherlich, das macht man ja so leicht, wenn man auf einer Latter steht. Wenn man Ifen hasst, geht das always. Flüssige... flüssige Chemischale. Flüssige Chemischale. Flüssige Chemischale. Da 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 da, boost the button! Ja ne, keine Animation. ...und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Ha, ha, ha. Armer Ethan. Du bist der einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Ja, so kommt's. Versuch's doch. So kommt's mir auch grad vor, dass ich der einzige bin, der's nicht weiß. Na super, ich liebe Schubladen, wenn nix drin ist. Explosivgeschoss, das sind sogar sehr nice. Schlüsselkokille. Nix. Da ist noch irgendwas. Hä? Da bin ich? Ähm, bin ich? Das noch was drin an. Stopp, 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 stopp. Ich hab die Hobo ist aber, nein! Ich bin so so blinke, blinke. ist aber ja denke mal acht fliegt den munition das macht mich freuen hallo das telefon leute hallo diese fabrik ist ja wirklich riesig ich fühle mit dir bruder na da guck ich jetzt aber na guckst du na da guck ich hierfür bräuchte schließt doch noch wir sind auf b1 storage meine frage gerade wie komme dort um jetzt kann etwas aber schießen hallo vorwärter chefe chefe was ist los gern telefon das leuchtet ohne grund weitermal 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 bevor wir das machen duke ich hole dich da wieder auf ich muss nämlich vorspeichern ich habe nämlich schon eine idee die total verrückt ist sie könnte funktionieren so und es ist nicht der duke drinnen sondern irgendein monster es ist der freund der duke so es kommt noch ein ich muss einmal speichern ich meine die idee ist krank aber anscheinend nicht krank genug mine und wo noch mal noch eine mine nice und jetzt schwingen wir uns mit den hacken darüber und bekommen einen gelbquart und ich hoffe bis vor ein bisserl wenig wobei ja ich habe acht flinken und bekommen schweres drauf super ich bin voll auf begeistert gefällt mir ganz gut und will mehr hey duke boi ja 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 was haben wir denn da ein kristallfragment drei große kristalle ein vivanit drei gelbquart ich würde gern sämtliche oh ja okay zu teilen gerade er nicht heiß zu leben pass auf ich warte noch schnauze kollega ich spreche es lieber noch mal ich will auf b4 denn wir müssen ein paar kleinigkeiten machen ja kollega alles roger ich wiese dir auch gern was der nimmt meine finger diese farben ich warte noch mal ich bin strom ich bin ja damit zurückkriegt da war noch nicht dunkel mir ist immer so ich habe einige sachen schon zerstört also da wären ich liebe es noch ein kristallines herz herzen der da war ja heißenbergs tür irgendwo das ist die giselle da da ja ja ich hab dir echt nicht gesehen ich glaube da kommt man nicht von drinnen also wir können einmal die kugelkugel machen wir uns in elektronik kübelchen heißen bergstür ok das ist das war aber noch woanders kugel eines pferd muss ich schauen wo worden das jetzt dann ebene herrscher bevor er es den schlüssel noch war jetzt noch mal noch ich trau den ganzen flieden nicht bei meistens wenn ich dann nämlich in schlüssel noch weiter unten muss schauen welche richtung die richtung würde ja einigermaßen stimmen immer jetzt aber trotzdem um sicher so hier waren wir ja schon da bitte keiner mehr naja durch die tür durch da 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 es ist der ernst und der habe ich übersehen aber es den großen kristalli aufnommen ok keine ahnung da unten ist nichts mehr das war der müllplatz maschinenraum da sind wir die gießerei da ist noch eine tür neben der gießerei ist noch eine tür das ganze weg zurück rennen wegen eines kristalli und jetzt ist vorher absolut nicht checkt und mal aber noch so eine komische tüte war mal die wird man es verschlossen angezeigt aber ohne schlüssel so das wort und lang wie gesagt ich mache absichtlich ja das war hier da 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 hier ich noch ich wir ich gut kann man ja schon mutter mutter schafft schützen munition auch nice operation zahl und heißenbergs unterkunft dietrich schon wieder zwei welcher von euch blendgeschoss wird denn hier am schluss wohl drauf einmal runter okay und Nein, oder? Nein. Oh shit! Ich sehe! Ah, wie gut, dass ich geblokt habe. Ups. Da ist Sichtpistole-Munition. Nice! Aber ich bin im Operationszahl auch noch nicht fertig. So, was haben wir hier? Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oskar, Stahljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Cardo haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leute, jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Mal muss es bleiben. aufgepasst. ich habe hier ein paar ganz spezielle fragen war genommen 1 vergessen eine frage ist einmal tschuldigung dass ich das zu fragen muss so deppert jetzt endlich wo sie sein gerade ja einmal wirklich eine interessante frage was ist ein kadu kadika da der hupf dann aber ist doch klar nö dann habe ich noch eine frage dies ist vielleicht eine explizitere frage dann machen wir die kugel vogel vogel kugel doch schlüsselkugel ist doch mal denkt es vergessen diese frage betrifft wie viele einwohner hat dieses dorf unheimlich viel wehrwölfe die glaube ich aus eben menschen gemacht wurden würde ich mal so sagen nehmen isenbergs schlüssel das war hier entlang ja auch blau nice und hier rennen wahnsinnig wie viel körper umeinander die ladies die sicherlich auch ein bisschen hunger hatten ich bin ja ich bin ja jemals die sind aber gierig auf mich auf hulle park im spiel in die es auch scheiße ich will die schlüssel nicht einsetzen ich muss aber der mine platzieren sollen muss das jetzt kratzer rostige reste rostige reste diesen bergs unterkunft oder wenn es da nicht geile sachen gibt dann der koffer gibt schon mal rostige reste na super rostige röste rostige röste schießpulver ja dies ist jetzt nicht so der bürger aber koffer mechanisches teil mechanisch eine welle auf die schnelle auf die helle so dass dann eigentlich das ist das schlüsselchen dann der schatz kombinieren ein hämmerchen isenbergs hammer ein riesiger hammer aus tonnenschweren maschinenteilen und den drogen wir einfach so mit uns herum logo im aniefenstaschen sind ja unendlich groß wie man wissen wurde eigentlich in koffer klug hat fragen über fragen auf die wir heute geantworten bekommen na gut meine lieben das war es dann für diese folge in der nächsten folge werden wir uns dann um das kügelchen noch kümmern dann sind wir eigentlich auf blau und dann haben wir oben noch eine tür durch die man müssen aber ich glaube schon langsam kommen auch zum ende der fabrik wenn ich mir das so anschauen denn wir haben wenn ich mal genau da ist die kugel also da ist nichts mehr bla 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 blau bla 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 da habe man wenn man oder wollen glaube ich schon dass man war das vielleicht ja okay passt das war ja passt ihr habt die drucker genau der kleinerer schacht ein bisschen was dürfte noch sein und es gefällt mir gar nicht dann darauf ein bisschen was noch aber nicht mehr so viel ich bin gespannt und ich hoffe ihr seid es auch und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin sag mal vielen dank fürs zusehen tschüss mit full v all clear come move Chris what the hell take him away In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again! Mia... Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch... and into the forest deep. In life... and in death... We give glory... Mother Miranda! It's just a local tale. It's just a local tale. If it's just looking, window sharp away. Let's do this again. Bye... Vielen Dank.